Mein Moin liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Radical Red Nassauk Challenge. Oh mein Gottess. Ja, was soll man sagen. Letzter Arena Part. Zumindest gegen Arenaleiter Pyro. Wir sind erstaunlicherweise mit nur einem einzigen Verlust dennoch relativ eklüftig damit durchgekommen. Und ich muss auch sagen, ich habe mir mein Selbstbild mal mitgesetzt, bevor ich den Arena-Kampf gemacht habe. Sodass ich quasi unmittelbar danach optional nochmal diesen Kampf mit bestritten habe. Ebenfalls mit Arnie als Lead. Um mal mit zu sehen, was wäre eigentlich passiert, wenn wir Protect zweimal hintereinander gegen seinen Cinderace gewirkt hätten. Wie das damit ausgegangen wäre. Kannst du dir im Übrigen gerne mal rechts oben dir mal näher mit begutachten. Und das wäre dann im Übrigen dort ein 6-0 Speed mit gewesen. Nichtsdestotrotz, wir sind quasi jetzt hier in Verdania City. Oh yeah. Und hier in Verdania City steht hier eine Arena. Die letzte Arena in diesem Spiel. Und von den bisherigen Arenen, die wir bisher mit gesehen haben, alleine in diesem Hack. Kannst du dir gut vorstellen, diese Arena, die wird... Ja, etwas... Kritisch. Gut, wie dem auch sei. Ähm, normalerweise ist es ja dann so, dass du dann ja dort gegen Giovanni antrittst. Und der ja dann mit seinen... Was setzt er ein? Ich glaube, regulär Boden-Pokémon setzt er ja dann regulär mit ein. Aber von dem, was wir bisher in der Arena... Oder eher gesagt, die diesen Hack mit gesehen haben... Kann ich mir gut vorstellen. Da wird sich bestimmt wieder so einiges geändert haben. Wobei ich halt eben jetzt noch nicht ganz genau weiß, was... Wie dem auch sei, ich möchte euch erstmal hier zwei neue Teammitglieder mit vorstellen. Zum einen haben wir Romeo und zum anderen Rock Drop. Gehen wir mal auf Robio mal mit ein. Robio hat hier ein hartes Wesen. Ist natürlich sehr Bombe. Insbesondere auch, ähm... Weil wir quasi Robio hier in Vertania City... Ähm... Was gesurft oder was geangelt. Egal. Haben wir quasi hiermit vorgefunden. Hat natürlich hier ein Choice-Carve als Item. Und hat natürlich dann dementsprechend hier Max-Attack und Max-Init. Die Werte, die sprechen durchaus schon für sich. Und ich denke mir, mit, ähm... Seinem Strongjaw als Fähigkeit... Macht er natürlich mit den Kiefer-Attacken schon deutlich mehr Schaden... Als, äh, so für gewöhnlich. Mit einem, ähm... Ja, Choice-Band bin ich natürlich noch wahnsinnig viel schneller. Also mit Romeo dürfte man da durchaus was mitreißen. Und, ähm... Mit Attacken wie Aquajet, Knirscher, Psychobeißer und, ähm... Giftbiss... Macht das natürlich schon... Ich denke mal, viel Schaden auf den Gegner. Je nachdem, mit, äh, was man damit kommt. Da könnte ich an sich hier dann Robio reinschicken. Oder mit Robio instant leaden. Der macht dann durchaus vieles mit her. So, bei den anderen hat sich jetzt nicht so großartig jetzt irgendwas mit verändert. Deswegen gehen wir gleich auf Rockdrop mit über. Rockdrop ist quasi, äh... Das, äh, Fossil-Pokémon, was wir hier aus dem, ähm... Na, aus diesem Golden Amber mit rausgeholt haben. Also aus dem Fossil-Item. Aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Hat natürlich hier quasi ein freches Wesen. Trägt auch hier einen Rocky-Helmet. Allerdings sind die Werte, äh... Zumindest was die DV-Werte betrifft jetzt, äh... Nicht gerade Bombe. Darf man auch gesehen. Also, ich glaube, das minimalste an physischen Angriff-DVs, was dieses Vieh überhaupt noch mit haben kann, hast du natürlich. Trotz, äh... Max-Attack und, äh, auch hier am Max-Init. Das ist aber schon ein bisschen... Naja, gut. Muss man eben mal mit sehen, wie es halt eben mit wird. Ich meine, ähm... Dafür, dass der natürlich ja eine immens hohe Initiative mit hat, kann man damit durchaus vielleicht noch etwas mitreißen. Hat natürlich die Fähigkeit Pressure, also quasi Erzwinger, um den Gegner instant immer 2-AM AP von... dem, was er auch immer als Angriff mit Nutzen tut. Dann in diesem Fall mit zu vergolden. Und kommt natürlich mit Attacken wie Feuerzahn, Drachentarn, Rockside und Ironhead um die Ecke. Wenn ich jetzt hier auf Rocktrap eine Ability-Pill mit eingesetzt hätte, dann wäre, glaube ich, seine Fähigkeit... Was wär's da gewesen? Ich glaube, ähm, Rocket. Also, so dass der quasi keinen Rückschlussschaden mitnimmt, aber der hat ja sowieso keine Attacken, die irgendwie Rückschlussschaden mit verursachen. Also, von daher lassen wir das in dieser Form. Tja, und was soll man natürlich mit sagen? Ähm, wird Zeit, dass wir hier in die letzte Arena mitgehen. Damit wir einen eben dann in die Liga mit aufbrechen können, sofern wir es überhaupt nicht schaffen, wollte ich jetzt eigentlich noch einen Satz noch mitbringen. Aber natürlich kriegen wir nochmal Besuch von unseren Bricks. Gut, ich meine, hier ist ja gleich ein Pokémon-Sinter in der Nähe. Also, was soll's? So, ich bin froh, dass ich dich hier gefunden habe. Ähm, Maika erzählte mir, dass du erst kürzlich mit ihr zusammengestoßen bist, also habe ich so schnell wie möglich mich hier wieder herbegeben. Wo auch immer der zuvor war. Wüsste ich jetzt nicht. Egal. Ähm, ich bin auf der Suche nach dir, weil ich brauche deine Hilfe. Ähm, du bist wirklich der Einzige, den ich kenne, der diese stoppen könnte. Team Rocket hat Seruline Cave. Sprechen wir das so aus? Oder unter Caroline Cave? Seruline Cave. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Ausdruck. Äh, mal sehen. Welche Hülle ist denn das? Ein paar Sekunden später. Kann das sein, dass das die Azurier-Hülle ist? Inzwischen. Na gut, wir werden sehen. Es gibt da Gerüchte über ein, äh, starkes legendäres Pokémon, was da drohen tut. Dann ist es, äh, die Azurier-Hülle. Oh, ich ahne schon. Ich ahne schon. Team Rocket, ähm, infiltriert also die Azurier-Hülle, um sich mir zuzukrallen. Oh, böse. Oh mein Gott, ich ahne etwas. Ich ahne etwas ganz Schlimmes. Gut, dementsprechend war, ja gut, mein Gedanke darüber, dass der jetzt gegen uns kämpfen möchte. ja gut, ist jetzt somit jetzt so Nonsens. Gut, dann ich denke mal, okay, heilt er erstmal nochmal unser Team und ja, wir machen sofort die Azura-Höhle auf. Ja gut, da gucken wir natürlich mal nach, was wir hier so Feindes mitfinden. Hm, nichts zu merkwürdiges hier. Und dann, wenn das nicht die zwei Knöpsel aus den Silke-Gebäuden sind. Ah, TM Rocket. Ich wusste es. Was glaubt ihr, was ihr hier eigentlich macht? Arianna, das interessiert dich mal in keiner Art und Weise. Ich werde dich hier einfach allemal fertig machen. So, ich soll quasi mit vorausgehen. Ich hole dich später wieder ein. Tööö, wieder was sei. Du bist nicht in der Lage, unseren Boss aufzuhalten. Um, okay. Hey, Moment mal. Da fällt mir jetzt auf. Azura-Höhle? Das ist ja für uns ja ein Encounter offen. Und Azura-City wiederum. Haben wir auch noch einen Encounter noch mit offen? Hm. Ähm. Okay. Jetzt, äh, mal sehen. Azura-City. Geh ich da surfen oder geh ich da angeln? Beziehungsweise, bis wie weit? Okay, hier ist Route 4. Da haben wir schon unseren roten Encounter. Wobei ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was wir damit hatten. Azura-City. Ähm. Ich denke mal, ähm, wir... Ähm, Moment. Das, das war... Welche Taste habe ich ja gleich nochmal dafür verwendet? Für... Ah ja, dafür. Komm, wir gehen mal mit einer Super-Ange mal mit rein. Mal gucken, was mir hier so fein ist. Obwohl, warte mal. Ich warte jetzt noch eigentlich noch checken. Habe ich jetzt eigentlich noch genug Super-Bälle? Oder regulär Poké-Bälle? Gut, ich bin den Love-Disk. Ähm, Dupes-Claw sowieso. Olle-Olle. Also, das könnte ich mir schenken. Aber jetzt muss ich erst mal gucken. Haben wir eigentlich noch genügend Bälle? Gut, Getränke müssen wir vielleicht auch noch ein paar wieder mal mit holen. Okay, gut. Wir haben noch mehr als genug. Hm. So, Love-Disk. Äh. Ich gucke mal nach, ob ich jetzt vielleicht noch irgendein anderes Poké-Bälle. Mal mitfinde. Oder ich gehe einfach mal surfen. Und dann mal gucken. Aber wenn ich natürlich auch so Level, so Level 17, Level 24 sehe. Äh. Bin ich nicht so hellhaft davon mit begeistert. Ich denke mal, ich surfe mal lieber. Und gucke erst mal nach, was mich hier jetzt noch so feines mitfinden könnte. Das wäre. Schon ein bisschen besser. Ein männliches Gold-Dag. Also, Endoron. Mit Wolke 7. Ja, gut. Kannst du mitnehmen. Ähm. Gut. Der ist zwar deutlich höher gelevelt als quasi so ein Love-Disk. Aber ich glaube, so ein Fake-Out wird er niemals tanken. Komm, wir schmerzen am besten gleich hier den Quick-Ball. Und fangen am besten gleich das Pokémon mit ein. Wollte ich zumindest sagen. Aber ich glaube, der mag es wohl nicht so sehr. Super. Zen-Hatbert. Yay. Klasse. Äh. Frage. Wie um alles in der Welt schwäche ich jetzt? Die Betonung liegt jetzt wirklich. Wie schwäche ich jetzt? Ein Heteron. Was mir fast auf einen halbhohen Level ist wie meine restlichen Pokémon. Von dem jetzigen Level her. Quick-Ball hat schon mal nicht mit funktioniert. Hm. Was ist denn überhaupt meine schwächste Attacke, die ich überhaupt habe? Ich muss quasi jetzt eine schwächste Attacke aussuchen, die quasi... dass Pokémon vielleicht doch mit tanken kann. Irgendwie. Feuerzahn. Gut, das wäre vielleicht eine Idee. Ich denke mal, wir gehen mit Sharkern rein und versuchen es zu schwächen. Ja, okay, du. Das Pokémon ist 41 Level unter mir. Das ist 41 Level unter mir. Kann ich überhaupt mit dem Feuerzahn das so viel schwächen? Oder geht es... Es hält sogar noch Stand. Nice. Ähm. Okay, das kommt schon Ultra Ball. Los geht's. Was mache ich denn jetzt überhaupt mit so einem Enzeron? Und vor allen Dingen, warum bitteschön bleibt so ein Vieh überhaupt nicht drin? Ich komme schon, das ist 41 Level unter mir. Es ist im gelben Bereich. Du willst mir doch nicht allen. Es ist erzählen, dass das Vieh, ähm, wenig ist, jedes Mal wieder auszubrechen. Ich glaube, Ätheron, schauen wir uns mal gleich mal mit an. Ich werde mir halt eben jetzt noch für den noch einen passenden Namen noch mit aussuchen. Äh, mal sehen. Männlich. Ja, ich glaube, ich habe schon einen passenden Namen für dich. Und zwar nenne ich ihn angelehnt an die Kinderserie, oder sagen wir eher an die Zeichentrickserie aus den 90ern, nämlich Darkwing Duck. Da ist es natürlich, äh, der Protokollist. Der nennt sich natürlich Eddie Erpel. Und ich meine, was passt denn hier eigentlich am besten, außer Eddie Erpel als Name? Wobei, wird er da nicht sogar mit Yuzelon geschrieben? Ach, never mind. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch gleich mal hier unseren Encounter noch mit holen. Hm. Wobei natürlich jetzt die Frage offen ist. Gehe ich jetzt hier einfach an Land und hole jetzt hier meinen Encounter? Oder gehe ich ins Wasser und hole mir dann dort meinen Encounter? Oder wenn ich dort eine Leiter sehe? Dann könnte ich ja vielleicht auch eine Ebene nach oben gehen. Oder vielleicht nach unten, je nachdem. Und mir dann dort meinen Encounter mit holen. Habe ich denn überhaupt Schutz da? Habe ich überhaupt, ähm, Schutz? Schutz, Schutz, Schutz? Habe ich überhaupt so etwas? Ich habe sogar noch einen Blattstein. Leute, ich glaube, den kann ich auch noch mit verkaufen. Weil ich mag sechs, äh, so sehr stark bezweifeln, dass ich den überhaupt noch irgendwo mit einsetzen kann. Nö, ich habe gar keinen Schutz bei mir. Hm. Schade. Also wenn ich jetzt, äh, Schutz bei mir hätte, dann würde ich den jetzt hier einsetzen, um mir den dann entweder in der nächsten, ähm, höheren oder nächst tieferen Ebene dann dort meinen Encounter mitzuholen. Sofern ich jetzt, äh, nicht so einen Reinfall-Pokémon kriege, wie halt eben so ein Enteron. Also zumindest von dem Level her. Ja, ich kenne natürlich jetzt noch nicht, ähm, was, äh, das Enteron überhaupt für Stats und Wesen hat, etc. Ich werde am liebsten auch gerne mal wissen, wo dann hier eigentlich dieser Düner-Rage-Stein mit ist. Damit wir einfach mal gucken können, was wir denn dort mit finden, sofern ich mal dort mit hinkomme. Aber ich glaube, ich werde wohl zuvor hier meinen Encounter mit holen. Ach komm, was weiß, wir gehen einfach mal hier rein. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Baby, ein Mashu-Mai. Mashallah, was ist da los? Hey, so Mashu-Mai, das nehme ich gerne mit. Das ist ein guter Encounter. Das ist ein guter Encounter. So, ich muss aber jetzt, wenn der jetzt für irgendeine Kampfattacke mitgehen tut, möchte ich Sauna erst einmal rausschicken, weil... Der Sauna tankt natürlich nicht viel. Der hat zwar massive KP... Äh, äh, äh... Obwohl, wir gucken einfach mal. Wir gehen einfach mal für ein Rockslide. Ich schaue Speed sogar das Mashu-Mai. Okay. War sogar ein Kritiker-Hit, als ob. Und der Flitsch. Okay, komm, los, Mashu-Mai, los, das fangen wir. Es, äh... Gut, stimmt, ich hätte auch Instanten-Quick-Mai noch mitschmeißen können, fällt mir auf. Ah, egal. Komm, los, Ultra-Ball. Los, komm schon, das, das, wie, das fange ich. Ich will wissen, was hier, ähm... Dieses Mashu-Mai dann über... Ich kann nicht mehr sprechen, überhaupt für Werder hat. Ist sogar im Übrigen ein Weibchen. Pfff. Ui, jetzt müsste ich erst einmal wissen, welche weibliche Wrestler es überhaupt gibt. Und vor allen Dingen, was ist jetzt eigentlich so der, äh, Unterschied gegenüber dem Sprite eines männlichen Mashu-Mais? Das wird quasi jetzt hier der, äh, Name für dieses, äh, weibliche, äh, Mashu-Mai. Blonde Haare, Muskeln oder beziehungsweise starke Brüste. Zwar keine vier Arme, sondern da nur zwei, aber egal. Das wird quasi jetzt hier der, äh, Name. Äh, wenn ich den natürlich auch noch richtig buchstabieren würde. Alright, Natalia. Gut, ich denke mal, ich, ähm, scoute jetzt erst einmal, äh, was wir, äh, Stats, diese beiden Pokémon mit haben. Und dann gucken wir mal, wie es halt eben dann hier noch so mit weitergeht. Also, mal sehen. Eddie Erpel hat zwar kein Item bei sich. Hm, na gut, muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwas heißen. Hat sogar aber ein mäßiges Wesen. Hey, die Werte, die sind aber nicht verkehrt. Mäßiges Wesen für ein... Ja, in diesem Heck dachte ich mir schon, für ein Wasser-Psycho-Pokémon. Sehr nice, sehr nice. Die Werte, okay, gut, die sind an sich schon, ich sag mal noch, im okayen Bereich. Spezialangriff sogar in einem sehr guten Bereich. HP auch noch in einem relativ guten Bereich. Und die restlichen CDV-Werte, ja, kann man schon gerne mitnehmen. Gut, wir sehen, Zen-Kopfstoß, Sorg, Psycho-Plus, äh, ähm, und Aquatail. Gut, sind aber mehr dann physische Attacken, beziehungsweise zwei Status-Moves. Ähm, ja gut, da müssen wir mal sehen, wie das halt eben so mitwerten könnte, ne? Und dann haben wir hier Nathalia. Mit einem Relaxed Nature. Dann trinkt man ja ebenfalls kein Item. Ähm, No Guard. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte jetzt hier lieber einen gehabt mit Adrenalin. Weil ich hab einen Flame Orb und ich hab einen Toxic Orb. Und ich glaube, mit Adrenalin wäre ich hier weitaus besser dran gewesen. Also, wir sehen, auf Kosten der Initiative hast du quasi einen erhöhten, äh, Verteidigungsboost. Der Spezialdefensivwert, ja gut, ist dann sicher an der Kotzgrenze. Zumindest, was die, die, äh, die Verte mit betreffend tun. Aber knapp 200 Angriff. Mach schon jetzt was mit her. Gut, ich meine, dafür trifft halt eben dann Cross-Job immer. Dynamic Punch trifft dann zugesehen auch immer. Und, ähm, na gut, es hat eben jetzt so ein, äh, doppelschneidiges Schwert, ne? Äh, es sei denn, ich, äh, nehme eine Ability-Pill und rüste es dann eben dann mit, ähm, ja, mit einem Heißopter mit aus. Um bei dem dann Adrenalin zu triggern. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Na schön, back to the rules, back to the, äh, ähm, ja, lols. Gut. Gucken wir dann einfach mal nach, ähm, was wir hier vielleicht doch hätten noch mitfangen können. Tch, ich hätte sogar auch einen Goldtack noch mitfängen können. Sogar dieses Mal auf Level 67. Ebenfalls Cloud9. Alter, was ist da los? Jedes Goldtack hat hier Cloud9. Hm, okay. Äh, äh, äh. Pff, aber gut, das müssen wir natürlich mal mit sehen, ne? Ich glaube, ich werde hier Sauna erst einmal von der Spitze mit runternehmen, weil ich habe schon ein bisschen Angst, wenn natürlich so ein, äh, Wasser-Psycho-Pokémon gegenüber einem Kampf-Pokémon hier mit am Start ist. Äh, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Hellauf davon begeistert, wie das hiermit abläuft. Ich glaube, wir schicken mal Romeo mal mit nach vorne. Hydro-Pumpe, pff, juckt mich mal überhaupt nicht. Komm, wir gehen auf den Knirscher. Ich schaue es wieder. Danke, ähm, Joy-Scarf. Äh, und, äh, ab dafür. Na gut. Ich meine, ich hätte es an sich schon ein bisschen cooler empfunden, wenn ich ja gleich diesen Dünner-Rage-Stein hier irgendwo mit vorgefunden hätte. Hm, aber ich wüsste natürlich auch jetzt mal überhaupt nicht, wo der überhaupt ist. Und wo ich jetzt überhaupt so richtig mit lang müsste. Und voll, da ist ein, äh, Rocket-Trübel. Ich denke mal, da bin ich schon richtig. Hm. Oh. Ein Sims-Oller. Ganz ehrlich, ein Sims-Oller hätte ich sogar noch ein bisschen viel cooler empfunden als, ähm, eine Majumai. Muss ich wirklich sagen, hätte ich sogar noch ein bisschen viel cooler empfunden. Weil mit Sims-Oller, damit räumst du ja mega auf. Und Sims-Oller ist ein unfassbar böses Pokémon. Klar, ist natürlich dann extremst fragil in Sachen physische Defensive wie eine Papier, äh, Fetzen im Wasser. Getränkt, aber, na gut, muss man mal sehen. Und ich denke mal, mit diesem Rocket-Trübel werden wir dann noch diesen Part hier mit beenden. Aber zunächst, denke ich mal, wäre hier wirklich das Beste, wenn ich hier mit Romeo lieber auswechsel, weil gegen ein Pokémon wie dieses möchte ich ja jetzt nicht unbedingt mit drin bleiben. Und ich denke mal, wir gehen mit Jalapeno rein. Doch, Jalapeno sollen wir mitkommen. Erstmal schön, Instant im Aufsetzen, Schwertanz, ole ole, und los geht's, ne? So, Dark Pulse macht uns jetzt keinen so besonders großen Schaden. Wir gehen mal ein bisschen mit dem Schwertanz. Gut, ist was Depp. Kann kritten, aber das wird halt eben schön mit resistet, was das Zeug hält. Und, ähm, ich kann mich halt eben jetzt hier noch wunderbar schön mit aufsetzen. Sowohl direkt als auch indirekt an den Speedboost und dem Akketer-Peter. Und schlägt mal, wir gehen noch hier auf den Protect, um quasi erstmal noch mit zu scouten, was der so mit hat. Obwohl das jetzt eigentlich jetzt nicht so, äh, Bombe ist. Punishment. Hm? Gut. Punishment hätte schon ein bisschen Schaden mit verursacht, aber weißt du was? Äh, Blaze Kick auf, äh, Plus-2, ähm, Attack mit, äh, Plus-2-Elet mit, äh, Step obendrauf. Ähm, super effektiv gegenüber das für ihr. Tschüss. Was für Pokémon hatten da jetzt noch? Oder wie viele? Äh, äh, ähm. Oh Gott, noch ein weiteres. Obst, der Gön. Komm, Blaze Kick. Blaze Kick auf, äh, Plus-2, äh, Plus-3-Elet, äh, was, was will mir das gegen, mir entgegenbringen? Nichts. Tschüss, Zinkowski. Hätte mich auch stark gewundert, wenn das irgendwie, äh, so ein, Plus-2-Step-Attack irgendwie standgehalten hätte. Hm. Um, Rassaf hätte ich sogar noch mitbekommen können. Hm, naja, gut. Obwohl, wenn halt eben so das Rassaf hier, äh, Kotschus mit hat. Terranitor-Night. Terranitor-Night. Oh. Oh, ho, 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 ho. Jetzt, wenn ich noch mein Banki-Rassu noch mit hätte, aka mein Terranitor. So, das wär jetzt wirklich sehr nice. Das wär wirklich sehr nice. Äh, Moongast hätte ich auch noch mitbekommen können, Alter, was hier noch alles mit gibt. Okay, Leute, ähm, ich denke mal, wir beenden heute diesen Part. Ist natürlich jetzt, ich sag mal, ein bisschen brüchig, wie das jetzt damit abgeht. Aber, ja gut, wir werden mal sehen, wie es dann nächstes Mal mit weitergeht, ähm, und mal sehen, wie, äh, es dann eben dann die Regale noch mit weitergehen mag. Ich merke das mal raus, äh, bye-bye.